An die Arbeit, du-du-du-du-du, an die Arbeit. Okay, wir springen auf drei. Alles klar. Eins, zwei, drei! Haha, es hat geklappt! Red! Haha, wir haben's geschafft! Pick it! Oh! Oh nein! Was zum... Lava-Einspritzer! Das übernehme ich! Oh nein, Red! Tja, jetzt rollt die Kugel! Und was jetzt? Wenn ich das richtig berechnet habe, sind wir groß genug, um den Hebel zu betätigen, wenn wir alle drei... Barry? Wir lassen dich nicht hängen! Da muss ein neuer Plan her! Wir müssen auf eine Geschwindigkeit von 65 kommen! Links, rechts, links, rechts! Jedenfalls schaffen wir heute unser Pensum an Schritten! Noch zwei Minuten! Noch zwei Minuten, Leute! Zwei Minuten bis zum Start! Links, rechts, links, rechts! Wir müssen die Super-Waffe zerstören! Leonard? Hä? Ist die Rampe in Position? Wir arbeiten dran! Was machen wir nur? Äh... Okay, erstmal nachdenken! Ich hab ne Idee! Ja, 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 dafür ist jetzt keine Zeit, Courtney! Ich muss erstmal schwer nachdenken, wie wir an den Hebel rankommen! Hey! Leonard! Hä? Oh! Das könnte hinhauen! Silver! Sind wir schnell genug? Wir kommen nicht über 59! Wir müssen auf 65 kommen! Erklemmt! Wir brauchen mehr Gewicht! Na dann mal los! Er... Er bewegt sich! Oh, das ist gar nicht gut! Aaaaah! 65... 64 auch? Noch eine Minute! Ja! Weck mit den Häusern, die versperren dir nur den Meeresblick! Silver, der Hebel ist abgebrochen! Abgebrochen? Mann Leonard, hast du nicht irgendein Gadget zur Hand? Wir sind Fasser der Rampe! Gadget! Gadget! 45 Sekunden! Achtung an alle Mitarbeiter! Zielerfassung beginnen! Zielerfassung. Gary, kannst du mir irgendwie die Gadgets bringen? Nein, kann ich nicht. Zack, ich brauche Garys Rucksack. Schon dabei? Gary, wo bist du? Zack, ich bin hier! Huah! Ja, wir sind bei 65 angelangt! 15 Sekunden! Gleich geht's los! Ha, ha, ha! Leonard, jetzt oder nie! Oh nein! Mach die Rampe hoch! Atle in der Nähe! Atle in der Nähe! Atle in der Nähe! Nein! Nein! Das ist meine Schwester! Oha! Es hat nicht funktioniert? Also ich versteh das nicht. Natürlich hat's nicht funktioniert!